Zu meiner Menge gebetet, für kein anderes Mädchen gedacht. Tausend Stunden gewartet, hat alles nichts gepackt. Zwanzig Briefe geschrieben, seiner gut genug war für dich. Hallo, wie geht's dir? Denkst du manchmal an mich? Manchmal. Wie sieht der Himmel aus, der jetzt über dir steht? Dort, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht. Wo fängt dein Himmel an und wo hört er auf? Wenn er weit genug reicht, macht dann das Meer zwischen uns nichts mehr aus. Du fährst mir, oh, du fährst mir da-dam, 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 da-dam. Alle Ohren auf Anfang, ich kann dich nicht mehr sehen. Seit ich dich getroffen hab, bleibt mein Herz manchmal stehen, manchmal. Wie sieht der Himmel aus, der jetzt über dir steht? Dort, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht. Wo fängt dein Himmel aus, wo fängt dein Himmel an und wo hört er auf? Wenn er weit genug reicht, macht dann das Meer zwischen uns nichts mehr aus. Du fährst mir, oh, du fährst mir da-dam, 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 da-dam. Wie sieht der Himmel aus, der jetzt über dir steht? Dort, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht. Wo fängt dein Himmel an und wo hört er auf? Wenn er weit genug reicht, macht dann das Meer zwischen uns nichts mehr aus. Du fährst mir, oh, du fährst mir, oh, du fährst mir, oh, du fährst mir, oh, du fährst mir. Hey Leute, das war mein Cover von Wie sieht der Himmel aus von Philipp Poisel. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Oder ihr schreibt was Schönes in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren oder die Glocke Daumen aktivieren. Ihr wisst ja, wie das geht. Und ja, ihr fragt euch vielleicht, warum jetzt so lange, ewig nichts kam. Das lag zum einen daran, dass ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und auch abgegeben habe. Jetzt muss ich sie noch verteidigen. Und das hat ziemlich viel Zeit gefressen und da hatte ich leider wenig Zeit für Musik. Und außerdem ziehe ich es demnächst auch um, also doppelt Stress und so. Genau, also viel zu tun. Aber ich werde auf jeden Fall weiterhin Videos hochladen, also bleibt gerne dran. Wenn ihr mehr hören wollt, wird halt nur ein bisschen unregelmäßiger in Zukunft. Aber auf jeden Fall kommt noch was. Ansonsten, ich hoffe euch geht es gut. Genießt noch ein bisschen die Sonne. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.